Skandal in der Regionalliga West beim Gastspiel des Ex-Bundesligisten KFC Uerdingen in Wuppertal. Uerdingens Christian Müller möchte zum Konter durchstarten und wird von Peter Schmetz gestoppt. Dabei verletzt sich der Ex-Bundesliga-Profi unglücklich, er leidet einen Nasenbeinbruch sowie eine Gehirnerschütterung. Eine Verletzung, die schnell versorgt werden muss, doch daran scheitert es an diesem Samstagnachmittag. Uerdingens Physiotherapeut ist zur Erstversorgung sofort bei Müller. Doch bis Rettungssanitäter den verletzten Spieler zur Hilfe eilen, vergeht viel Zeit. Und das, obwohl das Duell beider Mannschaften als Risikospiel eingeordnet wurde und 16 Sanitäter und ein Notarzt im Stadion sein sollen. Es dauert knapp sieben Minuten, bis Rettungskräfte den Rasen betreten und den Verletzten versorgen. Nach Aussagen von Wuppertals Sportvorstand Manuel Böstler mussten sie zu diesem Handeln von ihm selbst gedrängt werden, da sie laut ihrer Aussage für den Innenraum nicht zuständig seien. Des Weiteren soll ihr Krankenwagen zugepackt gewesen sein. Skandalöse Umstände, die die wichtige ärztliche Versorgung unnötig verzögern. Nach einer knappen Viertelstunde wird Müller schließlich ins Krankenhaus abtransportiert. Dieses konnte der Ex-Hertaner Christian Müller inzwischen wieder verlassen. Die Ereignisse von Wuppertal werden nun gründlich aufgearbeitet. Bei der Polizei wurde eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung eingereicht. Wuppertal wird nun parole . Wuppertal werden nun gründlich verzögerte sich stupid, Für die", die Angliga unterlassener Hilfe bekündigt wirklich.